Rogue One war die Vorgeschichte zu Eine neue Hoffnung und nun kommt die Serie, die wiederum die Vorgeschichte einer der Hauptfiguren erzählt. Andor widmet sich dem Charakter von Diego Luna und der Zeit vor dem Spin-Off. Nur ein weiterer Lückenfüller oder eine neue Hoffnung für Star Wars-Fans? Die Serie Andor erkundet die Star Wars-Galaxie aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, was er bewirken kann. Sie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll. Dieser Beitrag beschäftigt sich übrigens ausschließlich mit den ersten drei Folgen der Serien, die zusammen am Star-Tag veröffentlicht wurden. Dementsprechend ist die Kritik auch nur auf den Auftakt bezogen und soll dazu dienen, euch eine Hilfestellung bei der Entscheidung zu geben, ob sich auf Basis der ersten Eindrücke ein Blick rentiert. Kleine Spoiler-Warnung an dieser Stelle, es wird in diesem Artikel marginal auf konkrete Handlungen in der ersten drei Folgen eingegangen. Wer diesen Beitrag also hört, bevor er die Episoden selbst gesehen hat, der sei an dieser Stelle vor Spoilern hierzu gewarnt. Weniger Sand? Weniger Stagecraft? Weniger Star Wars? Mehrere Dinge hatten die bisherigen Realfilmserien, die das Star-Wars-Universum bei Disney Plus immer weiter ergründen, gemein. Zum einen spielten viele der Szenen auf dem Wüstenplaneten Tatooine, dessen selbst hartgesottene Fans inzwischen überdrüssig geworden sein dürften. Zum anderen fand die von Industrial Light & Magic entwickelten Greenscreen-Alternative Stagecraft seit The Mandalorian ihren Einzug in die Produktionsroutine. Während darin zwar ein deutlicher Fortschritt im CGI vor allem für die Postproduktion nicht wegzudiskutieren ist, stach einigen Zuschauern und Zuschauerinnen aber trotzdem irgendwann auch hier wieder eine gewisse künstliche Anmutung zu deutlich heraus. Dementsprechend dürfen diejenigen, die inzwischen vom neuen Einheitslook etwas abgestoßen waren, zumindest schon mal froh darüber sein, dass Andorff vermehrt sowohl auf reale Drehorte als auch auf Locations ohne Sand setzt. Da man aber bis auf die Hauptfigur keine weiteren bekannten Charaktere in den ersten Folgen präsentiert bekommt und weder groß vom Imperium noch von den Jedi die Rede ist, stellt man sich doch zwangsläufig irgendwann in den ersten Episoden die Frage, ist das noch Star Wars? Allein die Auftaktszene ist ein eindeutiges Statement, dass man hier tatsächlich für das Franchise neue Wege beschreiten will. Denn wie die erste Sequenz, samt nächtlichem Stadtpanorama, leichten Cyberpunk-Charme und dem Film-Noir-artigen Bargespräch fast schon frech auf Blade Runner 2049 anspielt, ist nach Obi-Wan fast schon ein Kulturschock. Die richtige Dosis des Altbekannten. Doch an dieser Stelle kann direkt die Entwarnung folgen. Es gibt in Andorff genug klassische Star Wars-Komponenten, um zumindest die eindeutige Platzierung in der Welt der Sternenkrieg-Saga nicht von der Hand weisen zu können. So gibt es auch in der neuesten Ergänzung des Universums liebevoll entworfene Druiden, die ad hoc zu Publikumslieblingen werden. Es gibt fantastisch designte Raumschiffe und tolle Außerirdische, für deren Maske erneut ein dickes Lob auszusprechen ist. Ein noch größeres Ausrufezeichen setzt man sogar noch mit den sensationell ausgestatteten Settings. Allein das Gewusel auf dem Planeten Phaerix zeugt vom außerordentlichen Produktionsaufwand und verleiht dieser Welt einen wahnsinnig lebendigen Anstrich. Außerdem gibt es, auch wenn die Parteien lange nicht eindeutig benannt werden, sehr schnell wieder die klare Abgrenzung Gut und Böse, die aus allen Filmen und Serien bekannt ist. Was man glücklicherweise hier aber deutlich zurückgedreht hat, ist die Anzahl an kleinen Gags. Diese gehören zwar auch ganz fest zu Star Wars, aber vor allem in Obi-Wan oder der Sequel-Trilogie hat man mit zu vielen ironischen Brechungen vielen Situationen ihre emotionale Tragweite geraubt. Untermalt wird das Ganze vom Score von Nicholas Britell, der in erster Linie für Succession bekannt ist. Die vordergründigen Streicherklänge und ein immer wieder sich nach vorne spielende Schlagzeug sind für Star Wars etwas erfrischend Neues. Der Score bleibt sofort im Ohr und passt perfekt zum Look und Feel der Story. Erneut hat man für eine Star Wars Serie genau den richtigen Komponisten gefunden. Andor war von Beginn an von den Machern als Kontrastprogramm zu den anderen Serienprojekten angekündigt worden. Damit hat man, zumindest der Eindruck nach drei Folgen der ersten Staffel, nicht übertrieben. Natürlich ist auch diese Serie kein Science-Fiction-Thriller nur für Erwachsene geworden, aber neben dem Verzicht auf die Überdosis Humor spricht auch allein die Konsequenzen der Auftaktszene dafür, dass man hier eine reifere Geschichte erzählen wird. Nach besagter Charaktereinführung von Cassian Andor, der somit eindeutig auch dunkle Züge zugeschrieben bekommt, nimmt die Serie erstmal gewaltig das Tempo raus und stellt in den ersten beiden Folgen vornehmlich die Guten und die Bösen vor. Parallel zu den beiden Handlungsorten, zwischen denen hin und her gewechselt wird, gibt es in den ersten drei Folgen noch einen dritten Strang, der auf einem Dschungelplaneten spielt. Dort werden einige Kinder begleitet, die auf ein abgestürztes Raumschiff stoßen. Schnell wird klar, dass es sich hierbei um einen Rückblick in die Kindheit Cassians handelt. Die Vorgeschichte erklärt einerseits, wie er zu seiner Adoptivmutter kam und andererseits wird daraus ersichtlich, was ein Antrieb ist. Doch die dreigeteilte Geschichte und die vielen einzuführenden Figuren ziehen siehe ich die ersten Folgen schon etwas in die Länge, obwohl sie jeweils ohne Abspann keine 40 Minuten lang sind. Es war definitiv die richtige Entscheidung, am Starttag en bloc die ersten drei Episoden zu veröffentlichen, denn zusammengenommen fühlen diese sich wie ein einziger Pilotfilm an, an dessen Ende erst die eigentliche Handlung beginnen kann. Aus dramaturgischer Sicht fragt man sich lediglich, warum dann nicht gleich als eine überlange Folge herausbringen? Denn die einzelnen Episodenenden sind keine guten Cliffhanger und bremsen die ohnehin schon gemächliche Handlung nur nochmals aus. Zum Glück zieht aber ab der dritten Folge dann doch das Tempo merklich an. Der dreiteilige Auftakt endet mit einem ersten Aufeinandertreffen der Antagonisten in einer stark bebilderten Schlachtszene, die zwischen schweren Maschinen und reichlich Dreck auf einem minenartigen Gelände stattfindet. Auch da merkt man nochmal den ernsthafteren Ton von Andor und dass man tatsächlich hier ein Spionagedrama mit kompromissloser Action im Star Wars Pelz kreiert hat. Folge 3 endet mit einer Parallelmontage, die den Status quo aller wichtigen Figuren nochmal verdeutlicht und klar macht, dass nun die Segel gesetzt sind und es richtig losgehen kann. Trotz des verheißungsvollen Beginns mit leicht ausuferndem Anlauf bleiben etliche Fragen ungeklärt, so dass es sogar schwierig ist, an diesem Punkt schon ein vorläufiges Urteil zu fällen. Bleibt man der düsteren Tonalität treu und schafft man es, die Figuren noch mit weiteren Hintergrundinformationen zu vielschichtigeren Charakteren aufzubauen, dann kann aus Andor tatsächlich die bis dato beste Serie unter der Star Wars-Marke bei Disney Plus werden. Die zentrale Frage könnte dabei sein, wie ambivalent und vor allem überhaupt interessant im Laufe der zwei Staffeln die Titelfigur wird. Die Neugier, mehr über ihn zu erfahren, ist zwar geweckt, aber auch die Gefahr, dass Cassian letztlich in der eigenen Serie hinter vermeintlichen Nebenfiguren zurückstecken muss, ist nicht gebannt. Denn die Riege an namhaften Schauspielenden bis in die Nebenrollen ist groß. Schon mit dem ersten Auftauchen von Adria Arjona als Big Skellin möchte man fast mehr über sie erfahren, als über den Protagonisten. Durch sein Mitwirken in Rogue One ist sein Weg doch deutlich vorgezeichnet, und auch Silent Stars Guard zieht mit seinem ersten Auftritt sofort die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Der Fluch eines Prequels kann auch zum Fluch für Andor werden. Es haben auch immer wieder Vorgeschichten zu Charakteren geschafft, dass man ein vollkommeneres Bild von ihnen bekommt und nicht nur eine Form der Endmystifizierung. Wo sich diese Produktion einordnen muss, wird sich noch zeigen. Unser Fazit zum Auftakt von Andor. Andor wird insgesamt 24 Folgen haben, aufgeteilt in zwei Staffeln und dann in den Handlungen von Rogue One münden. Der Plan ist also eindeutig vorgezeichnet. Ob er so aufgeht, wie sich Tony Gilroy und seine Kollegen das denken, wird sich zeigen. Die Anfänger sind vielversprechend, aber auch noch in vielen Punkten von Fallstrecken begleitet. Über den Produktionswert braucht man ebenso wenig besorgt sein, wie über die darstellerische Güte. Schon in den ersten Folgen gab es Bilder, die man als Poster an die Wand hängen könnte. Und der Score tut sein Übriges, damit man sich gerne in diese Welt entführen lässt. Fraglich ist hingegen, ob es gelingt, ein Tempo aufzubauen, bei dem man später mal nicht das Fazit ziehen muss, dass es die Hälfte der Folgen auch getan hätte. Da der Optimismus und das Vertrauen in die Macher nach dem Beginn überwiegen, gibt es auch mit Vorbehalt eine mehr als überdurchschnittliche Wertung. Andor startet am 21. September mit den ersten drei Folgen auf Disney+. Danach geht es jeweils am Mittwoch mit einer Folge weiter. Und wir geben vier von fünf möglichen Sausscheiben.